du bist ready? schön alles klar holst du es an commentary? hallo meine lieben freunde willkommen zurück zu einer neuen runde fortnite aber auch nicht alleine heute sondern habe ich heute mal meinen babe mitgenommen so und wir begeben uns jetzt in niedersalbträume sehr schön so das licht müssen runter machen das bringt halt original gar nichts ja So, let's go. Wo wollen wir hin? Da ist Midas jetzt. Okay, dann los. Let's go, let's go. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mitgekriegt habt, aber es ist ja jetzt hier gerade Midas-Rakad-Staten vertreibt und wenn du jetzt stirbst, kommst du als Geist wieder. Müsst ihr mal drauf achten. Also ihr habt jetzt im Endeffekt zwei Leben und diese Geister haben die Überfähigkeiten, aber kein Blue Life. Ich sehe einen, dann genau bei deiner Pose hier. Und dann bei den Häusern. da und 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 Okay, komm. Ich sehe ihn. Finden beim Markt jetzt. Habe ich? Oh, ich habe noch einen. Oh nein. Oh, diese Geister, die nerven so ab. Ja, mit den Geistern Leute ist echt mega stressig, weil die ultra schnell sind. Ja, die sind ultra schnell unterwegs und die springen auch mega hoch. Aber die können halt kein Blue Life nehmen, so wie sich das ausgestellt hat. Oh, die Atmosphäre ist auch mega creepy. Willst du eigentlich ne grüne Salve haben? Ja, why not? Wenn du sie nicht haben willst. Ja, du hörst immer ab und zu mal so nicht. Okay. Oh, guck mal, der hat nen Sniper für dich. Hier kommt einer runter. Weiß nicht. Aha. Ja, hol ich mir gleich. Ja, genau. Ja, aber können sie halt nicht nutzen. Ich glaube ja. Das glaube ich schon. Die Zone ist auch gar nicht so weit weg, das ist auch mega nice. Ist gut, hier ist ne blaue Münze. Ich kann eins 알았어. Ich bin johlen. Ich kann ja. Ich kann ja noch mal schauen. Ich kann ja noch mal auf dem einen hörglichen Schiff zu haben. Aber ich kann ja noch nicht sehr, dass es sobald sind. Ich kann ja auch nicht mehr. Ich kann ja auch nicht mehr sobald sein. Ich kann ja nicht nur fünf Minuten. Ich kann ja ungefährankind auch nicht mehr sobald sein. Wenn du sie da nicht. Es ist gut. Du bist ja, wenn du sie in die und die Ruhe der Gerät dauert an. Ich kann ja auch nicht mehr sobald sein auf dem den мир. Ich kann ja nur um, ja, wie schön rundig. hier ist wieder ein geist hier war ein geist ja ich fühl das unangenehm ich höre schon wieder ein geist ja ich weiß es nicht wir müssen auch langsam aufpassen aber es wird doch tag ich dachte es ist die ganze zeit jetzt nur nacht aber nebel bleibt glaube ich hier war schon jemand unhöflich oh ich bin 93 ich hab tony tony die können so randaschen und könnten ultra hoch springen und machen halt schon guten schaden wenn die dich packen und sind halt ultra schnell wir formen jetzt noch einer oh wow ja geil der hat noch ein hexenwesen und du kannst sie auch haben wenn du willst ist ganz cool oder ist ganz cool oder oh wow oh mein gott du hast richtig viel robo richtige roboterstimme du bist jetzt ein schatten oh ja du hast eine geisterstimme wie cool ist das denn du hast dich an wie robo girl du hast dich an wie robo girl ah nein er hat mich nein er hat dich Ja, so hörst du dich auf als Geist. Das ist ja mal krass. Boah, du kannst dich unsichtbar machen. Ich gehe kaputt. Äh, mit Zielen drücken. Ja, weil du doch so unsichtbar wirst, oder? Wie viel Schaden macht denn das? Das macht doch nicht wunderbar. Ja, hi. Aua. Hier hinten ist einer. Hier hinten sind zwei. Weiß ich nicht. Ich bin hier gerade unterwegs zu allem. Ich habe A-File down. Ha-ha-ha. 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 Doch, doch. Du kannst Süßigkeiten essen. Ja. Die liegen hier überall rum. Oh. Ich dash erstmal voll in die Zone. Ist das abgehoben, ey. Es gibt halt echt 21 Geister, ne. Das ist so krass. Die Geister sehen? Ja. Kannst du die Geister im Umkreis? Kannst du sehen. Ach so. Äh, ne. Ach, du kannst auch Minis essen. Waffen. Ne, und Waffen kannst du auch essen. Kannst irgendwie alles essen. Wow. Das wusste ich gar nicht. Ja, auch dass sich deine Stimme ändert, finde ich auch mega abgehoben. Hier sind nochmal drei. Ja. Ah, der hat mir den Kehl geklaut. Oh, auf mich wird geballert. Wir haben gewonnen. Ja, Freunde. Das war die erste Runde. Und ich denke mal, wir sehen uns gleich in der zweiten. Ich würde mich freuen. Bis gleich. Ciao. Da war mein Schnitt. Deswegen habe ich jetzt gerade abkommentiert. Krass, ey. Wie heftig. Ich glaube ich. Ähm. Weiß ich nicht. Gerade aus dem Kopf. Ich fliege mal an das Unko jetzt, weil ich ungeeimert habe. Aber ich kriege noch die Zip-Line. Ich bin bei Tony Mahoney. Ich bin bei Tony Mahoney. dran, ich bin bei Tony Mahoney. Ich bin bei Tony Mahoney. Ich bin bei Tony Mahoney. ich komme zu dir ich schaff es aber glaube ich nicht rechtzeitig tut mir leid ich bin fast da jetzt hat er sich verpisst ja ich hoffe es tut mir leid honey so überhaupt nicht überfordert auch auf mich wird schon geschossen okay ja warte dann sterbe ich kurz soll der geist fährt erstmal ein auto der geist fährt erstmal ein auto hier töte mich geplatzt und dann raus mich freuen ach so ja es tut mir leid tut mir leid dass ich das Leben gerettet habe kommt nicht wieder vor hier aber nicht lecker oh wow hinterher sehr schön hier ist kleiner nimm den kleinen und dann spritze ich dem nochmal was ins gesicht ich bin alle warte oh wow sauber was war da dass sie einfach alle drei übelst weggeprügelt mit hier geht richtig steil ja ja oha die machen so damage ja ich glaube du hast durch die explosion den anderen auch getötet so ist es nicht so ist es nicht hier ist doch einer was für so ein jolly jumper ich weiß es nicht ich weiß es nicht ich weiß es nicht oh wow ist ultra schrecklich er hat mich übelst weg gebombt. da ist noch einer drin, oh wow ey ich habe keine munition mehr ich weiß es nicht ich brauche alles, ich bin total leer nee wir holen uns hier was, komm mal hier ist ein gegner der eigentlich sowas von tot sein müsste und da sind ein haufen geister brauchst du den hier noch? noch kopfschüsse? ich glaube iron man läuft ja auch noch rum ja das ist schon ja ja ich bin alles ah ja und der hat mich weg gebombt der ist da oben, genau da oben oben ja der kommt jetzt jetzt unten da sind noch zwei iron man, hier ist noch ein geist zwei geister es gibt noch zwei ein das ist noch zack hier kann ich nicht schwung dass geht ich mich bei mir schünen ist eure schünen die nach schünen Wo waren wir hin? Lass mal in die aktuelle Zone bitte. Küge Schaden mit besessenem Fahrzeug zu. Oh, wir müssen ein Auto fahren und dann einen Schaden machen. Ich bin an der Tankstelle, ich suche jetzt mal ein Auto, dann tancke ich das Auto voll. Du bist fast bei mir, ich sehe dich oben auf der Karte. Wir treffen uns bei der Tankstelle, ich hole noch mal kurz ein Auto. Yeah! Ghost Rider! Du kannst nicht tanken, schade. Wir müssen jetzt, äh, noch Leben daran. Die Rammen. Ach, wir verbrauchen gar keinen Sprit, glaube ich. Ja. Aber hier ist auch ein Regner. Hallo! Hau, was ich? Ja, was du hier? Amen... Naja, schade! Echt? Also ich hab's jetzt verdünnt. Zählt das nicht bei dir? Zählt das nicht bei dir, hab ich gefragt. Oh, schade. Also obwohl die Gegner, obwohl die Geister nur 100 Leben haben, sind sie doch schon echt ganz schön heftig. Mit ihren Fähigkeiten. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Schreibt's mir gerne mal in die Kommentare, würde mich erstmal interessieren. Findet ihr die Geister nicht auch ein bisschen zu krass? Obwohl sie halt nur 100 Leben haben, aber halt aufgrund ihrer krassen Fähigkeiten halt doch schon mega krass sind. Was ist das? 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 Oh, wow. Wir haben aber auch Potato Aim durch Todes hatte, ey. Wer ist das Alien? Wow, one hit, one da. Ja, da. Ja, die läuft schon zusammen, wo sie hinläuft. Ja, das ist schon ein Sniper. down zwei Stück oh wow Hahaha Okay So meine Freunde, das war unsere erste Runde Fortnite mit Facecam, ich hoffe es hat euch gefallen, falls das der Fall sein sollte, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst und falls ihr mehr so ein Kuddelmodel hier sehen wollt, lasst einfach ein Abo da. Bis dahin, wir sehen uns, haut rein, euer Wobi. Bis zum nächsten Mal.